Bei Bares für Rares erregen zwei wertvolle Ringe die Aufmerksamkeit der Händler. Der Verkäufer ermuntert sie, ihre Brieftaschen etwas weiter zu öffnen. Ob er damit Erfolg hat? Safir oder nicht Safir, das war bei Bares für Rares zunächst die Frage. Das Ehepaar Doris und Willi hatte zwei Weißgoldringe aus dem Besitz einer verstorbenen Freundin mitgebracht, die neben kleinen Diamanten auch jeweils mit einem großen, blauen Edelstein besetzt waren. Goldschmiedemeister Patrick Lessmann wusste natürlich genaueres zu berichten. So handelte es sich nämlich bei einem der blauen Juwelen keineswegs um einen Safir, sondern nur um einen Tansanit. Einen in der Regel etwas helleren, violettstichigen Stein aus dem namensgebenden Tansania in Ostafrika. Den Unterschied könne er eindeutig anhand der Lichtbrechung, anhand der Doppelbrechung ablesen. 3,5 Karat weise der Stein auf. Relativ grob gemacht sei der Ring aus den 1980er Jahren, rechts, und vermutlich ein Gussmodell. Um den Tansanit herum waren noch kleine Diamanten im Trapezschliff mit einem Gesamtgewicht von 0,9 bis 1 Karat verarbeitet worden. Der andere, ebenfalls mit Diamanten besetzte Ring sei im Vergleich deutlich feiner gefertigt, so Experte Lessmann. Der feinere Ring stamme vermutlich aus den 1970er Jahren und konnte tatsächlich mit einem echten, tiefblauen Safir punkten. Ganze 5,4 Karat hatte der und stammte, so die Vermutung Patrick Lessmanns, womöglich aus Kambodscha. Neben dem Safir lobte er die hohe Qualität der Diamanten, die von feinem Weiß waren und eine lupenreine bis VVSI-Reinheit aufwiesen. Gewicht und Qualität der Steine bestätigte auch das mitgebrachte Gutachten der renommierten Gesellschaft für Edelsteinbewertung in Idar-Oberstein. Bei diesem Ring handelte es sich außerdem um 750er, bei dem anderen um 585er Weißgold. Schon jetzt war klar, dass zwischen beiden Stücken eine große Wertdifferenz herrscht. 6.000 Euro erhofften sich Doris und Willi, für beide Ringe zusammenzubekommen. Realistisch, oder nicht? Experte Patrick Lessmann machte es spannend, der Goldwert des Tansanit-Rings liege bei 200 Euro, begann er. Dazu kämen ca. 1.000 Euro an Edelsteinwert. Er hielt es für möglich, für den Ring zwischen 1.600 und 2.000 Euro zu bekommen. Der Goldwert von Ring Nummer 2 lag bei 250 Euro, der Wert der Diamanten bei ca. 800 Euro. Die beste Nachricht hob Lessmann sich bis zum Schluss auf, der Saphir sei trotz einiger Kratzspuren rund 5.000 Euro wert. Heißt, zusammengerechnet belief sich seine Expertise für beide Ringe auf 9.600 bis 11.000 Euro. Doris und Willi waren bav. Und auch Horst Lichter ringt um die richtigen Worte, ich bin geplättet über diese Summe. Doris, die sich überrascht und hoch erfreut zeigte, war zuversichtlich, am Ende der Verhandlung mit einer ordentlichen Summe nach Hause zu gehen. Ich glaub schon, dass es gut ankommt, erklärte sie. Denn, die Steine leuchten ja. Bares für rares Verkäufer selbstbewusst, geht's noch höher? Ein Leuchten in den Augen bekommt bekanntlich Händlerin Elke Felten-Tönnies beim Anblick schöner Schmuckstücke. Sie erkannte sogleich den Tanz Arnit als solchen und war angetan vom charmanten Baguette Schleff der Diamanten. Überhaupt hatte es ihr der zwar weniger wertvolle, aber besser erhaltene Ring angetan. Doch auch der andere gefiel ihr. David Suppes und David Meyer zeigten ebenfalls Interesse, und so steigerte sich das Gebot auf 3.000 Euro für beide Ringe zusammen. Dann erfragte man die Expertise und erfuhr, wie unterschiedlich diese ausgefallen war. Elke Felten-Tönnies blieb Fan des Tansanit-Rings und bot nun allein dafür 2.500 Euro. Darüber wollte dann keiner gehen, wohl aber den anderen Ring ergattern. Bei David Suppes Angebot von 5.000 Euro wurde Willi mutig und fragte, geht's noch etwas höher? Und ob es ging. Tatsächlich zahlte der junge Händler am Ende 6.000 Euro für das Schmuckstück, weil das wirklich ein ganz außergewöhnlicher Sophia ist. Mit 8.500 statt der erhofften 6.000 Euro ging das Ehepaar nach Hause.